Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin hier auf dem Wertstoffhof in Konstanz, denn heute geht es um die zehn häufigsten Fehler beim Mülltrennen. Ja, und ich bin ja auch kein Spezialist für Müll, deswegen habe ich mir einen geholt. Hallo, Sie sind der Herr Sinwell, richtig? Stefan Sinwell. Was machen Sie bei den Entsorgungsbetrieben in Konstanz? Ich bin Disponent bei den Entsorgungsbetrieben, hauptsächlich zuständig für die Müllabfuhr. Also alles, was zu Hause direkt abgeholt wird. Und eben vertretungsweise auch für meinen Kollegen, wenn der im Urlaub ist oder verhindert ist, mache ich dann auch die Wertstoffhöfe. Ja, die Nummer 10. Ich habe hier mal ein paar mitgebracht. In Zeiten der Digitalisierung, die braucht man dann irgendwann nicht mehr. CDs, selbstgebrannte, fremdgebrannte, was auch immer. Was kann man denn da falsch machen? Das Problem ist, viele gehen hin und werfen komplett, wie es ist, in den Restmüll. Also einmal die CD und einmal die CD-Hülle. Die CD besteht aus Polycarbonat, das ist ein hochwertiger Kunststoff. Und wenn ich diese CDs eben dann richtig zuführe, wieder in das Recycling, kann ich daraus wieder Datenträger herstellen. Okay. Also gehört eigentlich das hier, so wie es ist, in den gelben Sack. Richtig, genau. Das hier, so wie es ist, in die CD-Sammlung. Diese Tonne hier rein. Die es auch bei vielen Elektronikmärkten gibt, oder? Da kann man die häufig auch abgeben, glaube ich. Sollte es geben, ja. Und falls noch ein Inlay dabei ist, müsste das eigentlich ins Papier. Oder je nachdem, wenn es ein reiner Kunststoff ist, dann eventuell auch in den gelben Sack oder in den Müll sogar. Ja, die Nummer 9. Es kommt halt immer wieder vor, dass solche Geräte hier kaputt gehen. Wie ist es denn? Ich würde sowas wahrscheinlich am ehesten in die Restmülltonne schmeißen. Ist das richtig? Ja, leider nicht richtig. Der Föhn gehört einfach zum Elektronikschrott. Im Föhn habe ich erstens mal hochwertigen Kunststoff und sehr viele Elektronikteile, wie zum Beispiel Kupfer und bei anderen Sachen habe ich sogar Goldanteile mit drin. Wenn ich das in die Verbrennung gehe, ist das für immer verloren. Gilt es für alle kleinen Elektronik, dass die eigentlich auf den Wertstoffhof gehört? Entweder der Wertstoffhof oder auch wieder der Handel. Der Handel nimmt es auch zurück. Ja, hier habe ich extra ein bisschen vom gelben Sack bei uns mitgebracht. Hier, typische Verpackung, vegane Cevapcici ist nicht so wichtig. Soll jetzt dieser Deckel hier dran oder weg? Also vorteilhaft ist, wenn man das, was man auseinandernehmen kann, auch abzieht. Okay. Weil einfach viele verschiedene Kunststoffe sind und die Sortieranlage hat es um einiges einfacher, wenn es schon auseinander ist. Und hier habe ich noch ein schönes Beispiel, die gesunde Ketchupflasche. Soll jetzt da der Deckel weg? Also man kann den Deckel wegmachen, man muss es nicht. Vorteilhaft ist es, wenn man den Deckel wegmacht, alleinig aus dem Grund. Es sind auch unterschiedliche Kunststoffe, so wie zum Beispiel bei der Zahnpastatube habe ich zwei absolut unterschiedliche Kunststoffe. Wenn da der Deckel dann drauf ist, ist es viel aufwendiger, es zu sortieren, wie wenn der Kunststoffdeckel direkt weg ist. Wenn ich das jetzt aber wegmache, dann ist ja da noch ein Rest Ketchup. Den würde ich jetzt dann gerne vorher ausspülen. Nein, bitte nicht. Wir belasten die Umwelt viel höher, weil sie brauchen Wasser zum Spülen. Und die ganzen Kunststoffe werden nachher in der Sortieranlage beziehungsweise in der weiteren, in der Fertigung komplett gespült. Also Nummer 8, gelber Sack, möglichst auseinandernehmen, nicht vorspülen. Genau. Jetzt haben wir beim gelben Sack ja noch das Phänomen, also ich kann diesen Joghurtbecher, wenn ich es ganz schön mache, dann tue ich das abreißen und eben nicht ausspülen. Was ist denn das Schlimmste, was ich mit Joghurtbechern machen kann? Das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich alles, was ich stapeln kann, ineinander drücke. Das ist das Schlimmste, weil Kunststoff wird der Versuch zu reinigen. Wenn ich ihn aber ineinander stecke, kann ich ihn nicht reinigen. Das heißt, es muss händisch nachsortiert werden. Das ist ein sehr hoher Aufwand. Also muss man die Sachen locker reinlegen. Locker reinlegen, genau. Also nichts, was man hinterher von Hand wieder auseinander machen muss, zusammenstecken. Genau, richtig. Alles klar. Und wir sind ja direkt hier auch schon beim Altpapier. Hier habe ich zum Beispiel ein wunderschönes Backpapier von leckerem Pommes mitgebracht. Das hört sich doch irgendwie Papier, oder? Ja. Es ist auch Papier, nur das Papier ist Teflon beschichtet. Das heißt, es ist nicht möglich in der Papierfabrik, dass es sich im Wasser auflöst. Das heißt, es ist in dem Moment ein Störstoff. Deshalb bitte im Vorfeld direkt in den Restmüll. Welche weiteren Papiere sind keine Papiere? Unter anderem auch die Pizza-Kartons. Was? Richtig. Die Pizza-Kartons von dem Pizza-Lieferanten. Die sind ebenfalls zum Teil beschichtet mit Tepflon. Der Karton aber von der Pizza, die Sie im Kauflader kaufen oder im Discounter, den können Sie reinmachen. Das ist ein reiner Karton, weil da ist die Pizza separat nochmal in einem Kunststoffbeutel oder in einem Plastik drin. Und das Plastik kommt dann wieder in den gelben Sack. Kann man das sehen, ob es beschichtet ist? Indem man es reißt, sieht man es oft, dass es beschichtet ist. So, hier sind wir bei einem ganz normalen Klo. Warum? Weil da landen sehr häufig Speisereste drin. Also, wenn vom Essen noch was übrig bleibt, dann gehe ich zum Klo und kippst da rein und spülst runter. Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, richtig? Essensreste zieht erstens mal ein Ungeziefer an. Und zweitens mal kann ich auch die Probleme haben, gerade zum Beispiel bei Fett, dass sich es in den Rohren ablagert. Es entstehen übliche Gerüche und es kann auch Verstopfungen hervorführen. Okay, also praktisch eins der schlimmsten Sachen ist, wenn man nach dem Frittieren das Fett dann hinterher ins Klo reinkippt. Richtig, genau. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das kann man dann aushärten an der falschen Stelle und dann hat man eine Verstopfung. Genau. Was macht man denn stattdessen mit dem Fett? Aha, da steht es ja schon. Speiseöle. Mit der Pfanne kommt man dann her? Nein, viele haben einfach so ein Behältnis, so aus Metall, so zweieinhalb Liter oder so. Da haben die das dann drin und bringen es dann eben hierher. Und normalerweise gehen aber Essensreste in den Biomüll. In den Biomüll, genau, richtig. Ja, wie ihr hier im Hintergrund deutlich sehen könnt, sind wir jetzt beim Glas gelandet. Da gibt es ja immer diese schönen Glassammelstellen mit den drei Farben, braun, grün und weiß. Ist es nicht eigentlich völlig wurscht und es wird am Schluss sowieso alles zusammengeworfen? Das stimmt überhaupt nicht. Das Gerücht geht immer wieder auf. Wir haben bei unseren Fahrzeugen drei Kammersysteme. Das heißt, ich habe eine Weißglaskammer, eine Grünglaskammer und eine Braunglaskammer. So wird das dann auch abgekippt. Wir haben einmal eine Art Kranen, wo das macht, in die drei Kammern. Wir haben auch ein Eimerverfahren, wo das macht. Jetzt habe ich hier mal eine spezielle Flasche mitgebracht. Ist das Weißglas? Das ist jetzt Weißglas, ja. Also wichtig ist, es kommt nicht darauf an, was außen für eine Farbe ist, weil irgendwas draufklebt. Wichtig ist, was ist der Hauptbestand des Glases. Übrigens, interessanter Zusatz-Fakt, wenn man nicht weiß, was für eine Farbe eine Flasche hat oder wenn man nicht weiß, wohin damit, zum Beispiel hier bei dieser blauen, dann im Zweifelsfall ins Grünglas. Ich hätte zwar gedacht, braun sei das Richtige, aber das stimmt nicht. Wenn ihr was nicht zuordnen könnt, gehört es ins Grünglas. Was für Glas gehört denn nicht ins Glas? Ganz wichtig ist, dass keine Trinkgläser ins Glas kommen, keine Spiegel und ganz wichtig kein Porzellan. Die haben andere Zusammensetzungen vom Glas und auch andere Schmelztemperaturen. Und dadurch kann es sein, dass es dann beim Gießen von dem neuen Glas zu Fremdeinschlüssen kommt, zu Luftblasen. Also eigentlich ist der Altglaskontainer ein Flaschenglaskontainer, richtig? Richtig, genau. Weil die eine bestimmte Eigenschaft haben und die können wiederverwertet werden. Richtig, genau. So ist es. Ja, und damit kommen wir zur Nummer zwei, unserer zehn häufigsten Fehler. Deckel drauf oder runter. Und am besten daneben legen. Bitte Deckel drauf lassen. Drauf lassen? Drauf lassen oder wenn Sie es wirklich runter machen wollen, dann in den gelben Sack. Aber auf keinen Fall oben auf die Container legen. Ich glaube, da denken viele, sie machen was Gutes, weil es ist ja kein Glas. Und warum ist es dann kein Problem? Also Trinkglas hat ja auch eine falsche Eigenschaft. Ist richtig, ja. Aber die können ganz einfach in den Glashütten, wo das Glas halt hingeht, aussortiert werden. Das war die Nummer zwei. Bitte Deckel drauf lassen. Und zur Nummer eins kommen wir jetzt gleich. Jawohl. So, und nun kommen wir zur unschlagbaren Nummer eins. Der zehn häufigsten Fehler. Es geht um den Biomüll. Und ein Biomüll ist ja so ein bisschen eine unangenehme Sache. Den hat man ja auch immer nicht so gerne zu Hause. Und deswegen ist es ja naheliegend, dass man den Biomüll dann in eine Plastiktüte packt, damit er nicht so viel schmutzt. Das ist keine so gute Idee. Und ich glaube, da kommen die meisten noch drauf, dass es keine so gute Idee ist. Aber es gibt eine Sache. Es gibt nämlich diese kompostierbaren Biomüllsäcke. Und sind die doch bestimmt gut für den Biomüll, oder? Nein, sind leider nicht gut für den Biomüll. Das Problem ist, da wir ja unseren Biomüll über ein Kompostwerk nachher auf die Felder verteilen, haben wir nachher dort Kleinpartikel von Plastik auf den Feldern, auch bei den kompostierbaren Abfällen. Also wenn man es einigermaßen sauber haben will, dann so einen Kraftkarton oder ein Zeitungspapier reinmachen. Entweder Zeitungspapier einwickeln oder es gibt ja mittlerweile auch diese Kartontüten, die man auch kaufen kann. Und dass die kompostierbaren Biomüllsäcke nicht kompostierbar sind, ist eigentlich ein Skandal und sollte eigentlich verboten werden. Eigentlich sollte es verboten werden, ja. Jetzt müssen wir hier weg, jetzt kommt ein Müllwagen. Genau. Ja, vielen Dank, Herr Sinnwell, für die Informationen und die Führung hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, die zehn häufigsten Fehler bei der Mülltrennung. Und ja, wenn ja, dann aktiviert die Glocke, abonniert diesen Kanal, liked dieses Video und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch hier auf dem Kanal sehen wollt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Dieser Dad.